So, hallo, ich fange irgendwie jedes Video mit so an. Also, hier ist eure Maykota von GamersPalace.de und wir spielen, na, heute mal eine Runde Call of Duty. Ich bin in der Rolle von Mickey Mouse. Das ist ja ein bekannter Medi. Medi? So heißt die doch, glaube ich. Und wir gucken uns jetzt mal hier die fünfte Welt an. Oder die vierte. Ähm, die fünfte, glaube ich. Wir erinnern uns, wir haben im letzten Video bereits zwei Regenbogenkristalle bekommen. Jetzt haben wir insgesamt fünf, sieben brauchen wir. Gut. Wie kann man wohl mit Kerzen werfen? Stirb! Ich hab Kerze. Wusste ich doch, dass da einer von schlägt. Immer der, der blinkt. Na gut. Nö, 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 nö. Hä, 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 hä. Ey! Das ist ja, äh... Na gut. ...und du. Mickey scheint sich aber auch gar nicht weiterzuentwickeln. Wir kriegen überhaupt keine... ...anderen Fähigkeiten oder so. auch da wir und und jetzt muss ich wohl hier runde springen ja gib mir Kerzen Der steht hier wohl nur einfach so. Egal, wir haben das überlebt. So. Friss meine Kerze! Du auch! So. Weiter geht's. Ich hab keine Kerzen mehr. Nur deine Mitte schlägt, ja? Warum hab ich keine Kerzen mehr? Ja. Ich hab keine Kerzen mehr. Ich hab keine Kerzen mehr. Gibt's hier Kerzen? Aber ein Leben. Das kann ich auch gebrauchen. Das ist ein Schläger. Das ist ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen hoch. Heheheheh So Oh, ich hab trotzdem keine Kerzen mehr Wow, was zur Hölle? Oh, war Mann Ich hab jetzt trotzdem keine Kerzen mehr Das ist irgendwie scheiße Das Spiel krieg ich bitte ein paar Kerzen Sonst kann ich meine Feinde gleich gar nicht besiegen Weil er ja nicht mal schlagen kann, der komische Micky Ja, das ist Disney, ich weiß Am Ende gibt's nicht mal einen Kuss zwischen Micky und Minnie Na gut, in Fluch der Karibik gab's das ja auch, ne? Aber ich glaub, Micky kann sowas gar nicht so Hops Aha Ich runde Runde Und zurück Und runter Gut Und hoch Oh, ne Kerze Und ne Super Darf ich gleich verwenden Klasse Klasse Na Schlag Oh, waaah Oh, waaah So Da ist noch ne Kerze Oh, muss ich jetzt ganz von vorne anfangen Oh, muss ich jetzt ganz von vorne anfangen Micky 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 Muss aber ein bisschen vorsichtig mit meinem Kerzen fallen Na los, schlag! Na gut, vielleicht nicht damit schlägt Der braucht schon Kerzen, wenn man auch so sterben kann. So, jetzt hab ich keine Kerzen mehr. Klasse. Ja, ich find auch eh so Kerzen sind auch total überbewertet. Mein Gott, Micky, muss ich doch nicht wehren können oder so. Nein. So ein Quatsch. Das ist echt Irrsinn. So. Diese Einlage haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Dürfte also ja kein Problem sein. So. Hinten gab's doch dann Kerzen plötzlich wieder, ne? So ein paar. Ja, komm her. Und her. Und dann, und runter. Runter! Ah ne! So, und runter. Und runter. Puh! Da war jetzt hier immer ein Aberlebensmügel. So, stimmt. So, der schlug nicht. Der schlug... ...der Urf. Wanne! Aber ich hab meine Kerze noch. Immerhin. Oh, ich warte jetzt mal hier. So. Und... Schlag. Ja. So. Ah ne. Gibt's noch ne Kerze? Ne Kerze für unterwegs? Geh jetzt einfach gleich nach rechts. Schlägst du? Ah! Ich hasse dieses Spiel. Na gut, wir sind ja bald durch. So. Wenn man's dann mal ein bisschen raus hat, dann klappt das ja auch. da. Schluck Schnecken. Oh, Kerze, in dem Sinne. Schlägt der? So. Kann ich hier lang, bitte? Ja. Ja. Warum sind da keine Kerzen jetzt drin? Der schlägt. Oh ne. So. Jetzt nach oben. Na gut. Immerhin hab ich jetzt ein paar Kerzen. So. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang. Okay. Schon wieder ein Schatz? Im Akt 1? Aha. Jetzt haben wir schon wieder... Jetzt haben wir sechs Steine. Und haben im ersten Akt von dieser... ...von dem Schloss schon einen Stein gefunden. Okay. Finden wir jetzt gleich die nächsten, oder was? Und sind wir dann schon im letzten Teil unseres Let's Place? Oh, oh nein. Oh ja, ein Unterwasser-Level hatten wir ja schon lange nicht mehr. So. Mal gucken. Mal gucken, hier lang. Ach, hier ging's nicht hoch, aber hier geht's hoch. Oh. Hier gibt's auch noch Sträumung. Böse Fische, die einen ja auch verfolgen. Oh man, lass mich in Ruhe. Ich riskiere das jetzt einfach so. Das tut mir nicht alles für ein Leben. Um es dann gleich wieder zu opfern. Oh man, ey. Bin ja schon wahnsinnig weit gekommen jetzt. Und runter. Beschleunigen wir das mal ein bisschen. Ich sah mir jetzt einfach nix ein, was nicht auf dem Weg liegt. Auch wenn ich das sehe, ich schwimme vorbei. Na, lass dir mich mal in Ruhe. Warum kann der unter Wasser aber auch nix? Lass mich in Ruhe. Ja, bitte schick mich wieder. Bitte schick mich, danke. Okay. Schöne Sache. Der macht hier also nix. Und dann zwei. Ich mein, sie waren ja schon wahnsinnig. Das nervt. Die haben sich eh was ausgedacht für Call of Duty. So. Danke, dass ich irgendwas machen durfte. Wie, ich muss das... Mann, nee. Nur weil ich nichts machen konnte. Wie asozial. Lass mich bloß in Ruhe. Unhoch. Oh Mann. Oh, dieses verfluchte Scheißkackspiel, ey. Wir wollten das sehen. Vor allem, wer hat denn das vorgeschlagen? Ich mein, ich hab ja überhaupt nichts gegen hier... ...gegen hier irgendwie, äh... ...Jump-in-One-Zeugs oder so. Das hier, das mit dem Wasser, das ist einfach nur echt scheiße. Sogar das hier geht. Jetzt aber schnell. Oh. Oh. Dankeschön, Spiel. Ja. Schön, wie das denn rumbringt, ne? Nein! Oh Mann, ey. Wer hat sich denn diesen verfickten Scheiß eigentlich ausgedacht? Und das haben Leute echt mal gespielt, ja? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das keiner gespielt hat. Ich glaube, dass das bloße Verarsche von Leuten ist. Manni, achso. Ja, jetzt kommt das schon wieder. Das haben wir ja jetzt auch schon mal gemacht. Oh. Oh. Gut, und jetzt? Genau. Oh. Wie das stürzt ab. Okay. Sega, das ist nicht besor... Nicht besonders nett. Ich will gar nicht wissen, wie der Endgegner dann hier ist, ey. Ob das... So. Manni. Oh, das stürzt natürlich auch alles ab. Das stürzt natürlich auch ab. Und es laggt. Oh, das ist vielleicht auch scheiße. Überhaupt. So. Und schon. Oh, da gibt's auch dieses eine Level in The Big Planet, was richtig scheiße ist. Ja, komm, stirb einfach. Wo gibt's denn, ne? Ach da. Okay. Oh. Hm. Drecksfledermaus. Fledermäuse gehören ja in den Spielen eigentlich nicht raus. Oh, das ist ja so. Sieh, du... Kann die mich mal treffen? Ah. Ich krieg bestimmt graue Haare. Muss eh meine Haare färben. Fällt es dann vielleicht gar nicht auf. So. Ich hab immer dieser Quatschsack dabei, der alles noch mal tausendmal erzählen muss. Ich erleb das doch. Ich krieg das doch mit. Stirb. So. Rüber. Rüber. Fledermaus. Hier war doch eine. Wo ist denn die denn? Jetzt ist keine da, ja? Okay. Oh, da ist ein. Stirn. Ich find's gut, dass es manchmal buggy ist. Oh. Oh, Mann. Dieses doofe Scheißspiel. So. Ducken. Weiter gehen. Springen. Ducken. So. Oh, dann leckt das manchmal. Ja. Schlimm. Dankeschön. So. 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 Ups. Ups. Oh. 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 Miki! Miki! Stirb! So! Mann ey! So, hier ist die Tür. Gott sei Dank! Jetzt kann ja nur noch der Endgegner kommen. Mann ey! Da bin ich mal gespannt jetzt so. Hallo! Der einfertige Uhrmacher war der letzte Meister der Illusion. Was wird denn das, wenn das fällig ist eigentlich? Hä? Jetzt muss ich mal stehen bleiben. Ich glaub der ist kaputt. Na was passiert denn, wenn wir stehen bleiben? Ah ja, dann kann ich... ...auf ihn drauf... ...und dann macht er irgendwelchen Scheiß. ...und... ...und... ...okay... Na komm! So! So! Er wiegt er jetzt? Einfacher! So! Na los, komm! So! Zwei, ne? Zwei, ne? Zwei, ne? Oh! Juuu! Ja, da, da ist doch gut! Nein! Oh fuck it! Jetzt hat er mich doch erwischt! Na ja, gut. Als ob's einen Endgegner gehabt, den ich gleich beim ersten Mal geschafft hab. Ha! Und das scheint jetzt der letzte zu sein. Ja, ich hab das verstanden! Ja, ha! Ich möchte den einfertigen Uhrenmacher jetzt bitte besiegen! Hallo! Oh! So, na los! So! Einer da schon mal? Hi! Oh, jetzt hab ich nicht erwischt! Na gut! So! Jetzt teilt er sich noch mal im Kreis! Und er mischt mich dabei auch noch! Na ja, gut! Nuck! Ach, ducken geht da auch! Na gut! Jetzt sind die nicht gleich hier! Ach, Gott! So, und jetzt hier hinlaufen! Hier bin ich hier! Da ist keine Uhr mehr! Scheiße! Da war plötzlich keine Uhr mehr! Ja! Dankeschön! Ich hab's gleich! Ist ja auch nicht schwierig jetzt so! So! Komm hier! So! Hm! Hm! Wie hat jetzt noch keiner recht! Na los, Schlag! Zack! Hier war eine! Ne, hier war keine! Hier ist eine! So! So! Jetzt war aber hier eine! Oder? Genau! Oh fuck! Jetzt triffst du doch einfach mal! Oh! 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 Der war jetzt aus irgendeinem Grund irgendwie mit am einfachsten, ne? So! Und die letzte! So! Gut! Kann ich dazu nachher auch gleich meine Review schreiben! Fällt mir ein! Hm! Hm. Praktisch. So funktioniert das. Gut, wir haben alle Steine. Wir gehen dann zu Miserabelle. Aber erst im nächsten Video, ne? Jetzt habe ich euch schon lange genug strapaziert. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.